Musik Na, jetzt hab ich gelackt, der Weg daher, da nimmt überhaupt kein Eind. Aber, ich bin ja blöd. Telefonieren hätte ich sollen, oder eine E-Mail schicken. Ja, was fällt denn in die Tür rein? Hände hoch! Hände hoch! Ja, gibst du denn so etwas? Hockt die freche Kamerin an den Tischen und frisst dem Bauern das Fußstück weg. Du, so ein Gottesbärmig sage ich. Da weiß man ja meinerseits nicht, was man zu so einer Klapperschlange sagen soll. Ich bin verbauende Tante. Die Tante Rosa. Schau, wer da ist. Ich bin's. Gell? Da schau. Ja, da schau. Die Unruhe. Die Unruhe. Der Vertrag in mir. Die Beste ist gegen dieser Qualität. Was tun, wenn der nur am Hof bleibt? Das ist dem Teufel sein Held komplett. Schmeiß sie aus und überfahre sie mit Traktor. Was? Mit Traktor? Ja, so ein Unfall ist gleich. Passiert's. Ich muss auch gehen. Siehst, Lorenz, da bleibst. Setz dich rein. Ich habe jetzt mit dir zu reden. Sag einmal. Was ist denn das für ein Saustall und ein Schweinstall? Und die Hennen, die laufen auch nicht alle im Freien herum. Ich habe die Hände und die Hände. Ich habe das für ein Viech. Zwei Kühe und ein Ochsstiehen im Stall. Mehr nicht. Der Ochs ist doch der Stier. Das ist doch die Mühlein. Jetzt fassen wir auf. Jetzt werde ich mal was sagen. Auf dem Foto her habe ich mir so allerhand durch den Kopf gehen lassen. Ich hätte die besten Ideen, die wir zwei miteinander verwirklichen könnten. Den alten Stall da draußen. Den reissen wir ab und bauen eine Pension. Und hinter dem Haus, auf der großen Wiese. Da machen wir auch eine Sporthalle, einen Tennisplatz, ein Schwimmbad und eine Sauna. Und dann bist du Pensionsbesitzer. Oh Gott. Jetzt pass mal auf. Wie kommst du denn auf die Idee zu mir auf Besuch? Nichts Besuch, Lorenz. Ich bleibe jetzt für ganz da. Passt aber laut an. Ich habe nichts dagegen, wenn du bei mir ein paar Stunden, ein paar Tage vorlaufen hast. Aber länger. Oder gar für ganz. Nein, das will ich nicht. Ich meine, das kann ich ja gar nicht verlangen. Das brauchst du doch nicht verlangen, Lorenz. Das tue ich alles freiwillig. Hast du den Kaffee schon gekostet? Rein aber ohne Kaffee. Mit den anderen Wochen. Nein, das muss aber nicht sein. Auf morgen geht es ein Gemisch mit Feigen und mit Malz. Du, Bauer. Ist das Wort? Dein Tant ist da. Und du bringst ihn nicht mehr weiter. Dein, ich stehe ja, Robert Boller, um den Kretchen. Die Oschel, der ist ja Fuchs. Dein ist wild. Die muss weg. Ja, die muss weg. Die bringt mir noch mit dir in die Idee. Ja, wie ich gesagt habe, höchste Zeit, dass ich gekommen bin. Ursula! Dein ist raus! Bist du der Knecht? Ja, das muss ich wohl sagen, dass ich die Dirne bin. Hahahaha! Ui! Der ist aber schwer. Der ist schwer. Ja, der ist schwer. Boah! Lass dich doch nicht aus, doch. Wo ist denn der schwer? Bauer, hast du was? Nimm sie mit nach die Jock und erschieße sie. Sagst du gerade, du hast sie in der Dunkelheit für eine Wildsache gehalten? Und nachher, schweißen wir sie in den Kals in den Koch und auch damit ins Schwarze Meer. Wir gehen jetzt mit nach dem Speisekleid hoch. Ich habe nämlich da aufgeschrieben. Heut gibt es selbe Kräuter. Ja, selbe Kräuter und Kraut. Heut gibt es selbe Kräuter und ein Salat. Ab heut wird gespart. Den frisst du Bauerwitt. Da müssen wir wenigstens ein Sechz und Kraut dabei sein. Was hast du noch immer dagegen zu reden, wenn ich was bestimmen? Ab heut die Geschichte ist, was ich anschaffe. Die Suppe gibt es keine mehr, die macht dicker, die Tante gesagt. Erster Gang Semmelknöbel, zweiter Gang Salat. Ja, und was dazu? Ja. Mein Morgen noch müssen es genau zwölf und drei Minuten sein. Auf der Stubenuhr ist es jetzt genau zwölf und zwei Minuten. Dann geht mein Morgen eine Minute davor aus. Sag mal den Abend. Wieso? Weil ich nicht verstehen kann, wie man mit so großen Händen so kleine Knöbel länger macht. Wer soll denn das essen? Die Knöbel sind ja stahlhaft. Was ist denn da wieder drin? Na! Ein Schnöckel! Ein Regenbund! Ist dem Salat da ein Regenbund? Schlägt das Wetter nach dem Stuhl? Schlägt das Wetter nach dem Stuhl? Den musst du jetzt aber ganz schnell noch eintrinken. Ja, was ist denn da? Was hat die Tante jetzt gehabt? Der ist ja wie ein Blitz über die Stirn. Schaut mal, wo sich auch mit kleinen Knöbeln gemacht hat. Und? So ein Halt! Und in Salat, und hier eine Schnecke und ein Regenbund. Der Bauer müsse heiraten. Aber mein, er hat alle so eine gute Hälfte. Und bringt sich zusammen nach Grundhaltig. Was? Mit heiraten? Nein, die Tante vom Hof schmeißen. Aber wenn er heiraten tut? Ja! Heiraten, leidende Tante? Mhm! Ja!